Ich bin der beste Liebenwein, bin 20 Jahre alt und komme vom Hamburger HSV, von der zweiten Mannschaft. Ich komme eigentlich aus Berlin, habe dort mit Fußball angefangen, habe bei Tennis Borussia Berlin gespielt, bin dann von dort nach Cottbus gewechselt und seitdem bin ich von Cottbus nach Hamburg gewechselt. Ich bin eher der Zehner oder der Achter, der hinter den Spitzen spielt. Meine Stärken, ich habe ein gutes Passspiel, bin torgefährlich, habe einen guten Schuss. Von der Liga habe ich mich schon informiert, aber der SV Horn kam mir nicht so bekannt vor. Aber ich habe mich schon informiert über den Verein und war interessant. Auf jeden Fall, die haben mich gut aufgenommen hier. Und die Qualität ist auch, ich finde die Qualität ist echt schon gut hier. Es wird hier kein einfaches Spiel, so einen Stammplatz hier zu ergattern. Man muss halt kämpfen für seinen Stammplatz. Meine persönlichen Ziele, auf jeden Fall muss ich, also ich will mich erstmal hier weiterentwickeln. Und mit der Mannschaft ist ganz klar erstmal der Klassenhalt zu sichern und dann schauen wir mal weiter. und mit der Z Dahmer. Ich bin schon überlegend. In Schlagn strengthreich. Untertitelung des ZDF, 2020